Aber... Weiß ich nicht, ich find das Spiel irgendwie nicht mehr so gut. Boah, was ist das für eine Flugspuren-Scheiß, Alter. Boah, ich find's ganz gut eigentlich, immer noch. Also erstens... Jungs, wie sieht denn der neue Battle Pass aus? Super, nicht. Musst du dir ja selber angucken. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Ich weiß, ich hab irgendwie mehr erwartet, jetzt so. Die meisten, also eigentlich kann nur Philipp und John bisher sehen, wie der aussieht. Ich hab Felix update ihn. Ja, Junge, ihr könnt doch einfach auf Google gehen und treibt sich... Ja, aber wir wollen uns nicht spoilern. Fortnite... Ja, Sorn... Ja.